Dankeschön! So! Wir spielen jetzt noch ein Song in dieser Runde, in dieser ersten Runde und dann binden wir den DJ hinter uns. Oh, wir sind ja lange genug da. Weit nicht. Eure Tränen sind zu schade, weil die sind nachher schon wieder vorbei. Wenn wir wieder kommen, Show und Revue, holen uns da was. Und die sind mittlerweile zehn Jahre. Fast zehn Jahre. Zehn? Fast zehn Jahre und wir haben eine CD draußen, aber die haben wir wieder mal nicht dabei. Wie immer halt. Und was wir gefunden haben vor kurzem war ein altes deutsches Lied. Ein uralt deutsches Lied, ich glaube es war in den 50ern. Ein Lied, das einer Kennungswert hat von nahezu 100% in Deutschland, das auch 30 Mal in andere Sprachen übersetzt wurde. Ich kenn keine Rock'n'Roll-Wählen, die das spielt, deswegen spielen wir's. Und den DJ muss man eben, der DJ Hugo. Muss dann am Start sein. Montage im Ausland der Musik Ja, ich bin nicht besagt. Ich bin nicht besagt. Es ist nicht besagt. Musik oh hey, hey I'm so скорisch die lange losen joks Papier, du, als derบau Sie sheit the hell an die DTN dann ist sie their donner zeit so der festzies首ene Königinst hey hey, hello, Mary Ann see my love Ich weiß, dass ich von der Sitzel ist, dass ich es jubel Und du, Mary Lou, du bist ja nur So bin ich von der Sitzel, Mary Lou Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.